Es gibt Dinge in der Luftfahrt, die sind wirklich richtig wichtig. Fahrwerkausfahren vor der Landung beispielsweise. Das wurde schon oft genug vergessen und ist dann auch nicht ganz so gut zu Ende gegangen. Ja, und dann gibt es Dinge, die sind natürlich nicht ganz so wichtig. Und dann gibt es Flugzeugregistrierungen bei der Fluggesellschaft Wow Air. Die sind einfach nur lustig. Das Doofe daran, Wow Air gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Die sind vor etwas mehr als drei Monaten pleite gegangen und seitdem komplett von der Bildfläche verschwunden. Und das ist aber Grund genug, um jetzt einfach mal ein bisschen über deren Flugzeugregistrierungen zu sprechen. Was die denn da so in der Flotte hatten. Und das machen wir jetzt mal und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Samstag. Ich hoffe es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Also Wow Air war bekannt dafür, zu den etwas lockeren Fluggesellschaften zu gehören. Professionell, keine Frage. Aber dann doch eher etwas entspannter und lässiger als die anderen. Also auf Neudeutsch könnte man auch einfach sagen, Wow Air war richtig cool. Funktioniert hat das Ganze unterm Strich eher nicht so. Also das können wir an der Stelle schon mal vorweg nehmen. Wow Air ist wie gesagt seit einiger Zeit pleite. Aber so wie die drauf waren, das war doch mal ein bisschen was anderes. Es war lustig und erfrischend. Wow Air hatte zuletzt eine Flotte bestehend aus zehn Flugzeugen aus der A320 Familie. A330 für die Langstrecke hatten die kurz davor aber auch nochmal. Die sind dann aber, als es mit der Airline zu Ende ging, schleunigst zurück zu den Leasingfirmen gewandert. Ist aber auch erstmal gar nicht so wichtig. Viel interessanter ist, dass über diese sieben Jahre, in denen es diese Fluggesellschaft jetzt letztendlich wirklich gab, dass da 23 verschiedene Flugzeuge durch die Flotte der isländischen Airline gegangen sind. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie Wow Air versucht hat, mit einem lustigen Flugzeugkennzeichen den Passagieren schon mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Bei vielen anderen großen, international operierenden Fluggesellschaften wird hier meist ganz strikt und ganz professionell nach dem Alphabet vorgegangen. Und hierzulande in Deutschland werden einige Registrierungen von großen Verkehrsflugzeugen sogar schon wieder recycelt. Aber dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber erstmal natürlich vollkommen klar, bei Wow Air musste das ja jetzt anders laufen. So war zum Beispiel der erste A320 der Wow Air registriert Whisky Oscar Whisky. Also Wow. Und danach kam der zweite A320 mit der Registrierung Bro, also Bravo Romeo Oscar. Und dann kam der A320 mit der Registrierung Sis, Sierra India Sierra. So und der erste A320 Neo der Fluggesellschaft, der trug dann passenderweise die Registrierung Tango Foxtrot November Echo Oscar, also TF Neo. Und das ist ja alles schon mal gar nicht so schlecht. So richtig spaßig wird das Ganze dann aber erst mit der sehr viel größeren A321-Flotte der Wow Air. Davon hatte man insgesamt 14 Stück in der Flotte und diese mit einem Durchschnittsalter von nicht einmal drei Jahren. Also Wow Air war mit sehr modernen und neuen Flugzeugen unterwegs. Da gab es zum Beispiel unter den ersten für Wow Air bestimmten A321, also das noch ohne Neo, die ganz normalen A321, da gab es die beiden Maschinen mit den Registrierungen Delta Alpha Delta und Mike Oscar Mike. Also die Maschinen mit den Namen Dad und Mom. Diese beiden Maschinen kamen im Frühjahr 2015 zur isländischen Fluggesellschaft und kurz darauf gab es noch Kilo India Delta und Sierra Oscar November, also Kid und Son. Und damit war die Familie ja schon halbwegs komplett. Golf Mike Alpha war dann der nächste A321, auch ein neues Flugzeug, aber eventuell war man da bei der Registrierung etwas eingeschränkt, da das Flugzeug vorher für LAN bestimmt war. Ja gut, oder denen ist da kurz die Kreativität ausgegangen oder das ist ein isländischer Insider, der leider mir vorbeigegangen ist. Auf jeden Fall ist dieses Flugzeug jetzt ja selbstverständlich nicht mehr bei Wow Air unterwegs, sondern fliegt heute bei der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor als Delta Alpha India Alpha India. Während die vier eben genannten Maschinen jetzt ein neues Zuhause bei Air Canada Rouge gefunden haben, dort müssen die sich allerdings mit voll langweiligen Normalo-Registrierungen zufriedengeben. Im Dezember 2016 kam dann der nächste A321 zu Wow Air und zwar mit der Registrierung Juliet Oscar Yankee, also der hatte den Namen Joy. Und dann kamen die nächsten beiden im Mai 2017 Whisky India November und Papa Romeo Oscar, also Win und Pro, beide sehr sympathisch. Ebenfalls im Jahr 2017 ging dann mit dem nächsten A321 mit der Registrierung November Oscar Whisky, also mit dem A321 Now. Da gingen wohl so ein bisschen die coolen Registrierungen aus. Der erste A321 Neo für die Fluggesellschaft, der bekam dann die letzten drei Buchstaben Sierra Kilo Yankee, hieß dann also Sky. Mit den nächsten beiden Nicht-Neo A321 mit den Registrierungen Delta Alpha Golf und Charlie Alpha Tango, also mit Dog und Cat, kam man dann Anfang 2018 wieder zur alten Stärke zurück. Und dann bekam der nächste A321 Neo der Fluggesellschaft die Registrierung Lima Oscar Victor, also Love ohne E, das war dann wieder ein bisschen langweilig. Aber sonst war man da schon mal gar nicht so schlecht, oder? So, und dann kam die Langstreckenflotte ja noch dazu, der Airbus A330, davon bekam man den ersten im Jahr 2016, im Juni 2016. Und da pinselte man direkt mal die Registrierung Tango Foxtrot Golf Alpha Yankee drauf, also TF Gay. Und der Erstflug des A330-300 für Wow Air, der ging dann passend dazu im Juni 2016 auch direkt mal nach San Francisco. Und man wollte mit dieser Registrierung ein Zeichen setzen für Solidarität mit der Homo-, Bi- und Transsexuellen Gemeinschaft. Ob dafür jetzt ein Flugzeugkennzeichen den weltbewegenden Unterschied bringt, keine Ahnung, das lassen wir einfach mal so stehen, aber eine nette Sache ist das trotzdem. Und durchaus mal einen kleinen Schmunzlerwert am Flughafen. So, und dann bekam der nächste A330-300 die Registrierung Lima Uniform Victor, also wieder Love oder was auch immer man damit anfangen möchte. Und für den dritten A330-300 der Fluggesellschaft wärmte man dann ein schon bekanntes A320-Kennzeichen noch einmal auf. Und zwar bekam auch dieser A330 dann die Registrierung Tango Foxtrot Whisky Oscar Whisky. Und damit haben wir tatsächlich schon die gesamte Truppe zusammen. Und da waren ja auch ein paar lustige Registrierungen dabei, oder nicht? Wirklich lustig wird es aber eigentlich erst jetzt, denn wie eben schon angedeutet, sind natürlich die meisten Flugzeuge der Wow Air, das waren geleaste Maschinen. Die meisten davon sind jetzt schon wieder bei anderen Fluggesellschaften in anderen Farben irgendwo auf der Welt unterwegs. Zum Beispiel, wie eben schon gesagt, bei Air Canada Rouge oder auch bei Condor hier in Deutschland oder auch bei ONU Air in der Türkei beispielsweise. Mit den drei ehemaligen A330 der isländischen Fluggesellschaft ist es natürlich ganz ähnlich. Die drei Dinger sind jetzt alle bei Türkisch Airlines untergekommen und verrichten da ganz fleißig ihren Dienst. Warum auch nicht, denn die Flugzeuge sind noch nicht so wahnsinnig alt. Vier, fünf und neun Jahre, da geht also noch einiges. Und diese Maschinen, die reiten sich jetzt ganz normal in das schön professionelle, schön strikte Flottenalphabet der Türkisch Airlines ein. So wurde dort landesbedingt aus den ersten beiden Buchstaben Tango Foxtrot, dann ganz einfach Tango Charlie. Und aus der Lima Uniform Victor, der erste A330-300, den Türkisch von Wow Air übernommen hat, daraus wurde jetzt Lima Oscar Juliet. Aus der Whisky Oscar Whisky wurde dementsprechend dann die Lima Oscar Kilo. Und ich denke mal, ihr wisst, wo das Ganze jetzt langsam aber sicher hingeht. Aus der Tango Foxtrot Golf Alpha Yankee, also aus der TF Gay, wurde jetzt die Tango Charlie Lima Oscar Lima. Also die TC LOL. Das ist genau mein Humor. Hiermit haben wir wahrscheinlich das Flugzeug mit der lustigsten Registrierungsnamensgeschichte überhaupt gefunden. Als wäre nix gewesen, pinselt man bei diesem A330-300 jetzt also einfach mal das Gay über und macht ein LOL draus. Ja, das ist doch eine sehr angenehme Sache, oder nicht? Und das ist von Türkisch Airlines sicherlich nicht unbedingt als Scherz gemeint. Aber auch das professionellste Registrieren von Flugzeugen führt bei einer solch großen Flotte früher oder später mal zu der einen oder anderen netten Kombination an Buchstaben. Und das ist damit tatsächlich auch schon die Info des Tages. Aus TF Gay wird TC LOL. Gut. So, und jetzt dachte ich mir, wenn wir schon mal dabei sind, schaue ich mich nochmal ein bisschen um und gucke mal, was es sonst noch so für interessante Registrierungen auf Verkehrsflugzeugen irgendwo auf der Welt gibt. Gerade hierzulande kann es beim Thema Flugzeugkennzeichen nämlich gerne mal so ein bisschen langweilig werden. Denn hier, für die Verkehrsflugzeuge, recycelt man ganz gerne die Registrierung. Bekanntes Beispiel dafür ist die Boeing 747-Flotte der Lufthansa, die Jumbo-Flotte der Lufthansa. Denn das, was heute auf den 747-8 der Airline draufsteht, Yankee Alpha beispielsweise, das gab es so auch schon auf der 747-100 vor knapp 50 Jahren. Ganz ähnlich ist es aber beispielsweise auch bei dem eben schon angesprochenen neuen A321 mit der Registrierung Delta Alpha India, Alpha India für Condor, den man von Wow Air übernommen hat. Auch diese Registrierung, die fand man vorher schon mal auf einem A300-600 der Lufthansa. Aber zurück zu den wirklich lustigen Registrierungen. Die kann man selbstverständlich nicht immer einfach so frei wählen. Zum Beispiel hier in Deutschland bei Verkehrsflugzeugen über 20 Tonnen, da sind die ersten beiden Buchstaben Delta wegen Deutschland und Alpha wegen Luftfahrzeug über 20 Tonnen. Das ist schon mal vorgegeben. Also kommt man immer auf Delta Alpha. Lustigerweise trägt die erste Boeing 777 für die Lufthansa Cargo genau das als Registrierung. Delta Alpha, also Delta Alpha Lima Foxtrot Alpha. Die richtigen Späßchen erlauben sich dann aber meist irgendwelche privaten Piloten mit ihren eigenen Flugzeugen. So gibt es beispielsweise in Großbritannien, aber auch in einigen anderen Ländern, in denen das mit der Registrierung irgendwie machbar ist. Die Registrierung Sierra Echo X-Ray Yankee, also sexy oder das gerne auch mal als Kompromiss mit I, wenn dann Yankee schon vergeben ist. Bravo Tango Charlie Hotel, also Bitch ohne I, das gibt es dann auch gerne nochmal. Da lassen sich die Leute also gerne was einfallen. Bei den wirklich großen Verkehrsflugzeugen muss man dann doch nochmal ein bisschen tiefer graben. Virgin Atlantic beispielsweise. Als gesamte Fluggesellschaft ist da ähnlich gut aufgestellt, wie wow er das mal war. Also die sind mit ihren Registrierungen da ähnlich lustig unterwegs. Und dann gibt es beispielsweise oder gab es beispielsweise bei Corsair eine Boeing 747-300 mit der Registrierung Foxtrot Golf Sierra Echo X-Ray. So, da hatte man dann die letzten drei Buchstaben ganz stolz, wie man das ja sonst auch mit Registrierungen macht, ganz stolz vorne auf die Klappen des Buchfahrwerks geschrieben. Das sah schon ganz lustig aus. Und auch die Kombination Golf Alpha Yankee, also die Kombination, die dann das Wort Gay ergibt, die gab es immer mal wieder auf bestimmten Flugzeugen, beispielsweise tatsächlich auch mal auf einem Airbus A300 der Egypt Air. Fly B war mal ausgestattet mit einer Dash 8 mit der Registrierung Golf Juliet Echo Delta India, also mit der Registrierung Jedi, wenn man es denn so lesen möchte. Und ich weiß leider nicht, ob das Ding noch irgendwo unterwegs ist, aber irgendein Deutscher hatte mal eine Piper Cheyenne mit der Registrierung Delta India Lima Delta Oscar. So, ja, und dafür schon mal auf jeden Fall Respekt. Ein paar wirklich lustige Flugzeugkennzeichen kommen dann also doch noch irgendwie zusammen. Leider weiß ich nicht, was an wirklich lustigen Flugzeugkennzeichen heute noch so durch die Gegend fliegt. Die meisten, die ich eben genannt habe, die gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr, weil die Flugzeuge bei anderen Airlines unterwegs sind oder so wie die 747-300 der Corsair mittlerweile leider auch schon verschrottet sind. Ich bin ja eigentlich immer schon mal ganz froh, wenn man diese Flugzeugkennzeichen da hinten als ganzes Wort irgendwie vorlesen kann, wie beispielsweise das Alpha der Lufthansa Cargo 777. Das ist dann auch schon mal eine ganz angenehme Sache. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt, was ihr eventuell noch für lustige Flugzeugregistrierungen kennt. Schreibt da gerne mal ein bisschen was in die Kommentare, freue ich mich drauf. Und ansonsten soll es das für heute tatsächlich schon gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wie immer ein paar interessante, heute vielleicht nicht so nützliche, aber vielleicht dennoch interessante Informationen mit dabei waren. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Silvio, der als wirklich tatkräftiger, großzügiger Unterstützer auf meiner Patreon-Seite jetzt neu beziehungsweise mit einem neuen Betrag mit dabei ist. Vielen lieben Dank an dich für diese wirklich großzügige Unterstützung. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Genießt euren Samstag, lasst es euch gut gehen und tschüss.